und da war jetzt habe ich wieder den Fakt dass sich alles wieder neu öffnet geil auch geil darf ich mich darf ich anmoderieren nein ich komme nicht mehr raus ich muss doch geh wieder also ich darf anmoderieren ja mach guten Tag ja und da sind wir natürlich wieder in Pam mit mir dabei ist immer noch der Dominik ja immer noch in der gleichen Aufnahme Session ja wie aus der ersten Folge und wir haben die Fahrzeuge mal wieder gewechselt und jetzt geht es weiter auf eine neue Straße ich bin voll glücklich Freude aha tolles Spiel haha mega witzig cool ha 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 Autos die fahren und sich gegenseitig um ha 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 witzig so Streams so mein erster Kill ist im Koffer jetzt nehmen wir das das Spiel sollte man auch nicht so ganz so ernst nehmen weil wenn man es wirklich richtig ernst nimmt dann dann bekommt man einen Hirntumor für die nächsten zehn Jahre hallo hey cool ich habe hast du auch so eine Rückfahrtbindel wenn du rückwärts fährst das ist schon klingelt ping 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 nee es ist nur bei so einem Truck wie du hast wow ich grinde so haha ich war auf dieser Stange aber ich bin hier mit zehn Meter weit damit gerutscht oder sowas ist auch egal ja mit Stank kennst du dich ja aus Stanktänzer achso ich dachte du meinst grad was anderes ja das hatte ich auch im Hinterkopf muss ich zugeben aber ja du alter perversling ich wusste es aber oh das kann man ja jetzt so nicht sagen so direkt los los Alchemist ich komm ich alter ich komm an dich ran los los bleib stehen bleib stehen nicht so schnell bleib stehen bleib stehen bleib stehen so tschüss Alchemist wo bist du denn boah alter alter boah hammer krass ach da vorne bist du ja ich hab dich kurz aufblüssen sehen du bist Nitrogenius stimmt oder habe ich recht ja geil der ist so scheiße also was war das Taki kann ja gar nix der ist heftig ne boah der Tower war ja boah der haut voll rein hier gerade wir nehmen hier immer noch boah wie findest du das Kokain oder der Stoff der ne der haut voll rein ey was wir nehmen hier nur fünf Minuten auf jede Folge das ist relativ kurz aber wirklich viel länger kann man die Runden auch nicht machen wir könnten es nicht machen dass wir zwei Runden in einer Folge reinpacken ja das können wir nicht machen ja ich hab den Tower der mich dauernd mobbt auch zweimal geckelt jetzt zwei miteinander wo auch ich bin das Bord ist gleich wieder tot ich bin letzter das ist natürlich nicht so schön wie ist das eine echte Geschichte naja war eine echte sie ist nur von Namen dieses Tod Kopfzeichen da blub 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 hinter mir war doch einer oder blub 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 ja hinter mir war einer aber es hat nix gebracht verdammter Scheißer ha alter alter was war das total ausgerutscht gerade aber da lag gar nichts meines erachtens hier nehmen wir den roti noch mit ich versuche mal wieder ein bisschen an mich ranzukommen mit so einem fetten Bus ist das gar nicht mal so einfach boah guck mal was ich für einen Vorsprung hab den muss ich jetzt aufrechterhalten das bringt dir voll viel weil du äh nicht allzu viele Kills hast es geht auch um Kills das ist dir schon klar war ja kann sein ja kann sein aber ist mir egal ich will erst noch ein zwei Kills was hast du ja aber der Tower hat äh ganze acht und wenn der auch mit der ersten und der Dreams hat ein Kill wenn der auch mit der ersten Runde fertig ist dann ist er besser als du auch wenn du zu dem Zeitpunkt noch auf dem ersten Platz bist ok dann warte ich halt ein bisschen da kämp' ich mich hier also es geht gar nicht darum als erster durchs Ziel zu fahren sondern am besten als erster mit den meisten Kills durchs Ziel zu fahren yes Tower gekillt oh da ist ein Totenkopf drauf das sollte ich nicht noch mal einsammeln ich lege mal ein bisschen hin denn ich habe hier grad nicht so allzu viele Kills weil er einfach keine Sau ist oh wow jetzt hänge ich hier unten fest jetzt sagt ja wo bist du denn bist du immer noch erster ne du bist jetzt letzter ja geil dass ich gewartet habe aber 4 Kills hier äh mit R kannst du reloaden ja egal ich ok ja mit R ja ja mit R ist doch richtig oder nicht ja glaub schon ja glaub schon ja glaub schon du musst doch eingesetzt haben oder nicht ja hab ich ja siehste komm eben glaube es geht boah das ist hallo abkürzung wow und öl boah alter dieser Scheißpegel bringt mich so unter Maßen auf jetzt ist was bei mir so dass es mich aufregt mh 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 ich will gewinnen jetzt hör auf wegzufahren nein nein game over ich bin nicht erster aber wenigstens bin ich zweiter geworden boah ich hab ein Kill mehr Alter ich bin viel besser als du ne Alter bist du schlecht so schlecht haha so schlecht ja dieses Spiel tut mir nicht gut es steht 3-0 das will ich kurz festhalten ich hab jetzt 3 Spiele hintereinander war ich besser als du das ist ein Rennspiel was willst du ich kann das nicht ja wir wechseln in dieser Runde nochmal die Karte schreib mal in die Kommentare Hashtag Mob Dominic so Fahrzeug wechseln ich nehme mal ich nehme auch meine Frage warum hast du APB deinstalliert eine Frage wieso hast du es nicht installiert hä eine Frage wieso hast du es nicht installiert ne den will ich doch nicht ich nehme Scorch ne aber warum hast du es jetzt deinstalliert weil es nicht von Steam war mein APB das ist ein Grund das zu deinstallieren ja ist es warum lass mich doch einfach das scheiß Spiel deinstallieren wann und wie oft ich will so dann installiere die APB so und jetzt gehts weiter dann installiere ich mir auch Dingens ähm wie heißt es denn Hazard Ops ja boah alter nicht morgen geil geht weg von mir alter kitty kitty geh hinter mir weg geh hinter mir weg das ist nicht gut wenn du neben mir bist hinter mir auf mir yo hallo Wand tschüss Tower boah das freut mich jetzt ein bisschen dass ich den bekommen habe oh du Penner bleib weg mit deinen Wolken hallo hallo fuck ich wollte meine Feuerattacke einsetzen ich weiß boah alter wieso hatte kitty 2 von dem blauen hammer heiliger Schein geil der hat ja Feuer der Cowboy wusste ich ja gar nicht äh den hattest du doch am Anfang ich weiß schon das war doch Ironie lalalalala da 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 tschüss Cowboy Alter was war das denn für ein geiler Stunt ich hab mich grad richtig witzig in der Luft gedreht hä wo war ich denn jetzt hier lang oh ich fahr in die falsche Richtung da bin ich in die falsche Richtung gefahren so bin ich natürlich letzter was bei dem Spiel nichts sehr gut ist aber auch nicht wirklich schlecht weil man hat ja noch die Frontattacke aber mit der ist es wirklich sehr schwer ja irgendetwas zu erreichen wo bist du denn ach da ah da bist du du hast keine hintere hintere Attacke aber eine seitliche ja wo weiß ich denn du bist ach so ich dir gerne was was war das denn wieso wachst du weg bleib mal stehen bleib oh nein 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 oh du Penner oh da bleib ich vor deiner Waffe stehen und kommt von hinten einer tolles Spiel ganz toll sag ich doch immer ist es wirklich nämlich also es macht wirklich Spaß ja es macht Spaß wow wow Leute ich bin erster bin ich nicht gut jetzt bleib doch stehen ich zünde dich grad so schön an ne alter wie ich hier grad alle metze mit dem Auto no jetzt liege ich aufm kopf já wie ich alle metze jetzt liege ich aufm kopf ne ich warte mal hier wieder auf euch so nebenbei kann wir erstmal machen La 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 Tschüss Und tschüss Cowboy Also es ist wirklich eine Taktik stehen zu bleiben und auf den auf die anderen zu warten Hast du nicht mitgerechnet, Woll? Ich hab gedacht, das war irgendwie sonklar Alter, drei Kills hintereinander Hallo Hallo Ich hol da so meine Nippeldinge raus keine Ahnung, was es da vorne sein soll Der Scheiß Wie geil Total schon überlegen Ja, richtig gefreut Oh, du bist echt da Nein, nein, nein Hallo Batsch Schon wieder zu Eis Wow Pfarrphysik, verlass mich nicht Da war ich zu langsam Ja, klar Resetten mich doch Klar Logisch Bleib weg von mir Ach du bist Dritter Du bist das gar nicht Weg mit deinem eisigem Eis Eisiges Eis Alles klar Los 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 Ja Ja Ich hab's geschafft Boah, dieses Eis ist so eisig Dieses Eis ist rutschig, wa? Wie faszinierend Es ist Eis Es ist Eis Es ist Eis Es ist Eisig Du fährst in die falsche Richtung Glaube ich, dass du das bist Ja, klar, du bist nicht weg Ich hab da natürlich alles hingelegt, was man hinlegen kann Und wer den Anime Begater Eschkei nicht kennt Beste Anime, lohnt sich anzugucken Was? Äh, ihr habt nix gehört, ihr habt nix gehört Ja Ja So Noch ein bisschen hinlegen Weg mit dir Weil ich geh voll ab mit dem Auto, ey Ja 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 Du hast ja nur neun Kills, ne? Ist ja nicht viel Ja, nur, also ich Es ist halt einfach voll langsam Wo bleibt ihr denn? Ich komm euch ja schon dagegen Ist ja schon gut Ist ja schon gut Alter, ich hab den letzten Stunden fast überrundet hier Boah Alter Hat er mich nochmal weggerannt Und das war's mit dieser Runde Schon wieder dritter Pam Es steht 4 zu 0 für mich Nicht Aber das Blatt Kann sich immer noch wenden Kann's nicht Das ist richtig Ich glaub ich werd komplett gewinnen Ja Also wir sehen uns dann In der nächsten Folge Pam wieder Ja Schreibt in mir Kommentare Ob euch das Video gefallen hat Aber es nicht gefallen hat Und guckt euch KissXis an Bis zum nächsten Mal Ich bestimmt auch Bis zum nächsten Mal